Die große LVMH-Analyse Teil 3. Wie sieht es eigentlich mit der aktuellen Bewertung aus? Lohnt sich ein Kauf? Alles dazu in diesem Video. Damit herzlich willkommen zu Christophs Aktienkurs. Erst in finanzielle Bildung investieren und dann in Aktien. Und heute Teil 3, der letzte Teil der LVMH-Videoserie. Wir beschäftigen uns heute unter anderem schwerpunktmäßig mit der Aktienbewertung, nachdem wir uns in den ersten beiden Videos schwerpunktmäßig mit dem Unternehmen an sich beschäftigt haben. Ich blende euch hier zunächst mal ein, wie hat sich denn eigentlich der Gewinneaktie und auch die wesentlichen Cashflow-Zahlen, wie haben die sich eigentlich in den letzten 10 Jahren entwickelt? Und wir sehen, dass EPS, also die Earnings per Share, sind in dem Zeitraum durchschnittlich um knapp 15% gewachsen. Der operative Cashflow ein bisschen geringer, so bei 12-13%. Und auch der Free Cashflow ist entsprechend um immerhin noch 10% gewachsen jedes Jahr. Also das sind grundsätzlich natürlich erstmal Zahlen, die erstmal überzeugen können, wenn es also ein Unternehmen im Schnitt schafft, den Gewinneaktie im Jahr um 15% zu steigern. Dann ist das natürlich schon sehr, sehr ordentlich. Das heißt, das ist erstmal so die eine Größe. Also was ist eigentlich unternehmensseitig passiert? Und jetzt schauen wir uns in den nächsten Charts eben mal an, wie war denn die Aktien-Performance eigentlich in diesem Zeitraum? Dafür habe ich euch zunächst mal einen kleinen Chart vorbereitet mit dem Kursgewinn. Und da seht ihr im Prinzip vom Anfang 2009 bis Dezember 2018 haben wir nur allein durch die Kurssteigerung, also jetzt ohne Betrachtung von Steuern oder irgendwelchen sonstigen Themen, haben wir 515% Rendite oder hätten wir 515% Rendite erzielt. Jetzt schüttet LVMH ja auch Dividenden aus. Und diese Dividenden, das waren in Summe in dem Zeitraum insgesamt knapp 31 Euro. Und wenn man das jetzt renditetechnisch nochmal dazu rechnet, dann macht das nochmal eine zusätzliche Performance von 75 oder 76% aus, sodass wir insgesamt auf eine Performance inklusive Dividenden komplett vor Steuern von rund 590% kommen in diesem 10-Jahres-Zeitraum. Also schon eine sehr, sehr, sehr gute Rendite, knapp 20% im Durchschnitt. Und man sieht auch schon, wir haben gerade gesehen, der Gewinn je Aktie ist im Schnitt so um 15% gestiegen in dem Zeitraum. Jetzt die Aktien-Performance war so bei 20%, liegt letztendlich daran, dass 2009 die Aktie tendenziell etwas, oder ja, deutlich günstiger bewertet war als jetzt zum aktuellen Niveau. Somit ist natürlich ein Teil der höheren Rendite gegenüber der Gewinnentwicklung, gegenüber der operativen Entwicklung eben auch einfach mit einem höheren Bewertungsniveau zu erklären, kommen wir aber gleich nochmal näher zu. Ich möchte aber nochmal auch diese ganze Thematik hier mit der Dividende und vor allem auch mit dem Thema Frankreich aufgreifen, weil das ja auch vielfältig in den Kommentaren angesprochen wurde. Ja, Frankreich, Quellensteuer 30%, das ist natürlich eine relativ hohe Quellensteuer. Aber wenn man sich mal im Prinzip nochmal klar macht, dass eigentlich nur rund 13% der Gesamtperformance durch die Dividende passiert ist und der überwiegende Großteil durch die entsprechenden Kurssteigerung, dann würde ich sagen, ist es fast ein bisschen egal, ob jetzt die Quellensteuerregelung jetzt spitzenmäßig ist oder eben wie in Frankreich eben nicht so toll ist, wo man sich dann auch nicht ganz so viel anrechnen lassen kann. Also das sollte man auch immer mal sehen und analysieren. Wenn man natürlich jetzt ein reiner Dividendeninvestor ist, eine reine Dividendenstrategie fährt, dann kann das natürlich schon ein Argument dagegen sein. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, ist das Thema Quellensteuer in Frankreich hier meines Erachtens nach ja schon ein bisschen zu vernachlässigen. Es ist meines Erachtens nach kein Ausschlusskriterium für ein Investment in diese Aktie erstmal grundsätzlich. So, schauen wir uns am nächsten Chart mal an, wie haben sich denn Kursgewinnverhältnis und Kurs-Cashflow-Verhältnis in den letzten 10 Jahren entwickelt beziehungsweise was sind so die Durchschnittswerte, die Mittelwerte, Kursgewinnverhältnis bei gut 20, 21 und Kurs-Cashflow-Verhältnis bei rund 16. Wie sieht es jetzt aus mit den erwarteten Kurs-Cashflow-Verhältnisses? Ja, das Kurs-Cashflow-Verhältnis 2019 wird so bei 22 eingeschätzt und die Price-Earnings-to-Growth-Ratio bei 3,6. Wenn man sich jetzt mal anschaut bei den Trailing 12 Months, also in den letzten 12 Monaten, aktuelles Bewertungsniveau KGV ungefähr bei 26, dann ist das natürlich schon um einiges mehr als der historische Durchschnitt der letzten 10 Jahre und auch beim Kurs-Cashflow-Verhältnis ist das etwas mehr. Von daher kann man jetzt nicht sagen, dass die Aktie günstig bewertet ist. Naja, ob sie jetzt fair bewertet ist oder vielleicht ein bisschen überbewertet ist, das ist natürlich dann irgendwo immer auch schwer zu sagen, aber zumindest kann man mal festhalten, die Aktie ist aktuell kein Schnäppchen. Sie war vor einigen Monaten noch rund 50 Euro günstiger. Das wäre vielleicht noch ein schöner Einstiegszeitpunkt gewesen, aber ja, schwierig, schwierig. Vor allem, wenn man sich jetzt mal anschaut, wie ist denn der Ausblick oder was sind denn eigentlich die unternehmenseigenen Ziele von LVMH? Und da findet man tatsächlich keine wirklich konkreten Zahlen, wirklich keine konkreten Angaben, sondern eigentlich nur in der Pressemitteilung zur Veröffentlichung der Zahlen. Ja, die sind cautiously confident for 2019. Also im Wesentlichen wird nochmal betont, ja, wir sind weiter auf einem guten Weg des Wachstums. Es wird nochmal betont, alle Segmente sind entsprechend positiv, was das Wachstum angeht. Es wird auch weiterhin erwartet. Die Strategie wird weiterhin erfolgreich umgesetzt. Und ja, LVMH kann eben mit dem Wertesystem und so weiter dann hier auch anscheinend dann weiter gut performen. Aber man geht jetzt hier nicht auf irgendwelche konkreten Zahlen, ernennt keine konkreten Ziele. Von daher hat man eigentlich auch als Aktionär gar keine andere Möglichkeit, als eben, ja, sich mal die Vergangenheit anzuschauen und eben dann darauf zu schließen, dass es vielleicht ungefähr so weitergehen könnte. Also, was ist nochmal das große gesamte Fazit zu LVMH? Wenn man in Luxusgüter investieren will und das als einen Bestandteil seines Portfolios aufbauen will, kommt man meines Erachtens nach dem LVMH als dem Player schlechthin in dem Markt nicht drumherum. Es ist der größte Hersteller, breit diversifiziertes Produktportfolio. Viele Bereiche werden abgedeckt, alle wesentlichen Regionen werden abgedeckt, auch eine schöne regionale Diversifikation. Meines Erachtens nach auch ein überzeugendes Operating Model hatten wir uns ja auch angeschaut. Ja, wir haben eine dezentrale Unternehmensorganisation, wir haben eine sehr hohe Wertschöpfungstiefe, die haben alles selbst unter Kontrolle. Know-how-Sicherung, da wird viel für getan. Also, das ist auf jeden Fall positiv. Meines Erachtens nach auch überzeugende und glaubwürdige Unternehmenswerte. Also, dass man eben sagt, wir wollen exzellente Produkte, Services und Kundenerfahrung sicherstellen, Kreativität und Innovation fördern und eben auch so ein bisschen, ja, dieses Entrepreneurship-Kultur eben aufrechterhalten und voranbringen. Ich glaube, das sind auf jeden Fall für so einen Konzern in so einer Branche, die ja auch vielen Änderungen unterliegt, glaube ich, die richtigen Werte. Meines Erachtens noch auch starkes Management. Ja, mit jahrzehntelanger Erfahrung, Unternehmensnachfolgen wird sukzessive vorbereitet, das hatten wir uns auch angeschaut. Wir haben hohe, stabile Free Cashflows. Wir haben auch eine starke Bilanz mit den entsprechenden Einschränkungen, die wir uns auch in dem Video mal angeschaut hatten. Das aktuelle Bewertungsniveau liegt, wie gesagt, aktuell, ja, etwas über den historischen Mittelwerten. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt einsteigen. Man muss auch noch eins sagen, Frankreich erhebt neben der, ja, fieses Frankreich erhebt neben der, den 30% Quellensteuer auch noch eine tatsächlich eine Transaktions, Finanztransaktionssteuer. Und zwar immer dann, wenn ihr kauft, werden vom Kurswert nochmal 0,3% fällig, die dann an den französischen Staat gehen. Das Ganze sollte man eben nur im Hintergrund haben, wenn man eben überlegt, über einen Sparplan das Ganze zu kaufen, dann würde natürlich auch pro ausgeführten Sparplan, wenn man das jetzt monatlich macht, im Prinzip nochmal immer wieder 0,3% Finanztransaktionssteuer fällig werden. Das ist natürlich nicht ganz so attraktiv, dann für eine Sparplan-Geschichte, vor allem nicht, wenn man es eben in einer hohen Frequenz, wenn man es irgendwie monatlich macht, wenn man es jetzt halbjährlich oder quartalsweise macht, ist es wahrscheinlich dann mit 0,3% auch wieder zu vernachlässigen. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat diese kleine Videoserie zur LVMH gefallen. Ihr konntet einen etwas tieferen Einblick in das Unternehmen bekommen. Es wird sicherlich in den nächsten Jahren irgendwann auch mal wieder bessere Einstiegsgelegenheiten bei der Aktie geben. Ich selbst, ja, werde die Aktie aktuell, oder beabsichtige aktuell auch nicht, die Aktie zu kaufen, habe sie auch selbst nicht im Portfolio. Das Ganze ist natürlich keine konkrete Anlageempfehlung, sondern ich gebe euch einfach mal meine Meinung wieder, will euch, oder wollte euch einfach mal zeigen, wie ich letztendlich auch an die Analyse im Detail rangehe. Ich hoffe, ihr konntet einen guten Einblick bekommen, wenn euch das Video oder die Serie gefallen hat. Gerne nochmal einen Kommentar hinterlassen, auch nochmal einen Daumen hoch und schaut auch mal unten unter dem Video, dass ihr auf die Glocke klickt, weil dann bekommt ihr auch immer entsprechende Benachrichtigungen. Wenn wieder neue Videos von mir kommen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.